Hallo, ich bin Tom Heinzle, Grillprofi und Buchautor. In den Supermarkt sind die halben Regale leer gekauft. Das muss doch wirklich nicht sein. Wir sitzen doch alle in einem Boot. Zeigt euch in dieser Zeit fair und solidarisch. Macht's wie ich, kauft, was ihr braucht. Aber ganz wichtig, bleibt gesund. Euer Tom.